Das 19. Armeekorps war ein Großverband und gleichzeitig eine territoriale Kommandobehörde der Sächsischen Armee von 1899 bis 1919. Gliederung Friedensgliederung am 13. Juli 1913-24 Division in Leipzig 40 Division in Chemnitz Landwehrinspektion Chemnitz 2. Königlich-Sächsisches Pionierbataillon Nummer 2. Königlich-Sächsisches Tränkbataillon Nummer Maschinengewehrabteilung Nummer 8. Kriegsgliederung am 17. August 1914-24 Division 40 Division 2 Abteilung 1 Königlich-Sächsisches Fußartillerie-Regiment Nummer Fliegerabteilung Nummer 2. Königlich-Sächsisches Tränkbataillon Nummer Scheinwerferzug 2 Königlich-Sächsisches Pionierbataillon Nummer 22 Geschichte Das Korr wurde am 1. April 1899 errichtet und hatte sein Generalkommando in Leipzig. Es war der 2. Armeeinspektion unterstellt. Zum Einzugsgebiet des Korr zählten 1901 die Bezirkshauptmannschaften Leipzig und Zwickau, ab 1903 die Kreishauptmannschaften Chemnitz, Leipzig sowie Zwickau. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 wurde das Korr unter General der Kavallerie Maximilian von Laffert der Dritte Armee unterstellt. Es kam während des gesamten Krieges an der Westfront zum Einsatz. Stabschef des Korr war zu Kriegsbeginn Oberstleutnant Georg Froscher. Die 24. Division führte Generalleutnant Krug von Nöder und die 40. Division stand unter Generalleutnant Götz von Ohlenhusen. Bis zum Amt 20. August erreichte die das Neutrale Belgien durchschreitend die Dritte Arme die Linie Spontentienio-Raum östlich Linand. Durch verlustreichen Kampfen nördlich und südlich Linand am 23. August aufgehalten, gelang es nur kleineren Abteilungen die Maß zu überschreiten. Am linken Flügel der Dritte Armee eingesetzt trug das 19. Armeekorps den Angriff gegen Gewitt und Fumai vor. Das Korr erreichte mit der 24. Division Rom-Denne die 40. Division gelangte, durch feindliche Nachhuten aufgehalten. Erst am Abend östlich Fumai an die Maß. Am 24. August gelang es aus Mangel an Brückengerät nicht, den Fluss zu überschreiten. Am 27. August wurde die 40. Division über Réveln den bereits vorgehenden Teilen des Korr nachgezogen. Das 19. Korr, das westlich von Schalle Wilmizires nach Süden vorging, sollte bis zum 29. August die Eisner bei Athenie erreichen. Am 31. August hielt der Gegner gegenüber dem Korr am südlichen Ufer noch stand erst am Abend gelang der Flussübergang. Am 1. September wich das französische 17. Korr überraschend kampflos auf die Wesle zurück, sodass am Abend Semide erreicht werden konnte. Am linken Flügel war als linker Nachbar das 8. Korr der 4. Armee über Wuzias im Vorgehen auf Sompé-Ypsilon. Das 19. Korr wurde am 2. September zur Verfolgung in Richtung auf Sankt-Iller-Legrant angesetzt. Die 40. Division traf vor Sankt Maria-Py Sompé-Ypsilon auf neuerlichen Widerstand. Die 24. Division ging am rechten Flügel des Korr über Leffincourt-Maschow auf Sankt-Zuple vor. Am 3. September marschierte die 24. Division über Marmelen-Legrant und die 40. Division unter Brechung geringen Widerstandes bei Cooper Lee weiter. Auf Challens S.U.R. Mane vor. Dem 12. und 19. Armeekor gelang es erst im Laufe des 4. September die Mane von Tours bis Challens zu forcieren und die dortigen Brücken zu nehmen. Am 5. September befand sich der Gegner in vollem Rückzug hinter die Aube. Die 3. Armee stieß weiter nach Süden vor und nahm dabei mit dem rechten Flügel Reims ein. Am 6. September begann die erste Mane-Schlacht. Die 3. Armee wurde vorerst mit zwei Korps im Raum wie Trion-Perthois durch französische Gegenangriffe in neue Kämpfe verwickelt. Am linken Flügel der 3. Armee stehend griff das Korr zur Unterstützung der 4. Armee über Cule-Maisons-en-Champagne in den Kampf ein. Das Korr ging nach dem Hilferuf des rechten Nachbarn über das Marsch Culeusi S.U.R. Mane hinaus über Glannes zum Flankenangriff in südöstlicher Richtung vor. Am 7. September ordnete Generaloberst von Hausen die Fortsetzung der Angriffs nach Süden an. Nachdem das 19. und 12. Armee-Korps bereits in die heftigste Kämpfe verwickelt war, wurde auch das 12. Reserve-Korps im Kampf bei Ferry-Champagneus eingeführt. Gegen Mittag des 9. September schien die Lage der 3. Armee durchaus stabil. Der Ostflügel hatte überlegenem Gegner Stand gehalten. Die Mitte und der westliche Flügel war am Maurienabschnitt erfolgreich des 19. Armee-Korps hielt seine bisherige Stellung. Die Gesamtlage brachte aber am 10. September auch für die 3. Armee den Rückzugsbefehl, das 19. Armee-Korps hatte westlich wie Trilet-François länger Stand zu halten. Bis die Zurücknahme der Mitte und des rechten Flügels der 3. Armee gewährleistet war, erst am 11. September begann für das 19. Korps. Der Rückzug, am Morgen wurden die Truppen über die Linie Chaintrix-Vatrix-Maisons-en-Champagne zurückgenommen. Bis zum Abend war der Rückzug auf das Nordufer der Mahne vollzogen, beim weiteren Rückzug über die Wesel brach das sächsische 19. Armee-Korps zuerst auf das 12. Armee-Korps folgte dahinter. Beide wurden zur Unterstützung der bedrängten 2. Armee nach Nordwesten gelenkt. Dem 19. Armee-Korps wurde als neuer Abschnitt die Stellung bei Swippes zugeteilt und es hielt nach Osten wieder Verbindung mit der 4. Armee. Nach dem Abgang des 12. Korps zur Schließung der Frontlücke an den rechten Flügel der 2. Armee nach Juwinkort verblieb das 12. Reservekorps und das 19. Korps während der Eisner Schlacht bis Oktober an der Linie Oberalfsuren in der westlichen Champagner. In Folge des Wettlaufes zum Meer wurde das Korps nach Norden umgruppiert. Durch das 14. Armee-Korps das nördlich Lenz mit den Franzosenrang links gedeckt wurde das 19. Korps bei und östlich Valencien ausgeladen. Es wurde dem nördlichen Flügel der 6. Armee zugeteilt, konnte bis 12. Oktober Lille besetzen und marschierte im Raum westlich davon auf. Wo es in den Stellungskrieg überging, Anfang November wurde das Generalkommando 7. Korps als neuer linker Nachbar im Raum Labassee eingeschoben. Zwischen 7. Januar bis 13. Juni 1917 wurde das Korps-Kommando als Gruppe Weitschete bezeichnet. Am Morgen des 21. Mai wurde die Schlacht von Messesny durch die britische 2. Armee unter General Plume eingeleitet. Etwa 2100 Geschütze beschossen 17 Tage lang und unterbrochen die Stellung der Gruppe Weitschete. Am 7. Juni begann nach der Sprengung von 19 Minen der englische Infanterie angriff. Durch die Explosionen wurden die Stellungen der in Ablöse stehenden 40. Division und der 3. Bayerische Division fast vollständig vernichtet. Weitere Minen detonierten im nördlicher anschließenden Abschnitt der 2. und 35. Division. Etwa 9000 Soldaten fielen oder gerieten, großteils verschüttet oder bereits vom Gegner abgeschnitten in Gefangenschaft. Innerhalb von drei Stunden war die gesamte deutsche Stellung eingenommen. Die in Reserve stehende Eingreifdivisionen konnten durch die Schnelligkeit des Geschehens nicht schnell genug nach vorne gebracht werden. Der Frontbogen fiel in schweren Kämpfen bis 14. Juni vollständig in britische Hände. Am 14. Juni 1917 übernahm das Generalkommando bei der 6. Armee die Gruppe. Oberst unterstellt waren die 38. Landwehrdivision, die 79. Reservedivision und die 1. Bayerische Reservedivision. Bei der deutschen Frühjahrsoffensive hatte die Gruppe Karlowitz ab 9. April 1918 in der Schlacht von armen Tieres den Liesübergang bei Cey Estes zu erzwingen und auf Stinforde anzugreifen. Dem Chor waren die 35. und 42. Division im 1. und die 11. und 81. Reservedivision im 2. Treffen zugeteilt. Mittags erreichten die Divisionen des 19. Korps und das anschließende Generalkommando 55 über Aldilis und den Lawe. Die 42. und die 35. Infanteriedivision eroberten Estes im Häuserkampf. Nach Beginn des deutschen Rückzuges aus Flandern wurde das Kommando in den Elsass abgezogen. Ab 26. September 1918 bis zum Kriegsende wurde das Gorkommando zur Heeresgruppe Herzog Albrecht von Württemberg umgruppiert und als Gruppe Herlingen bezeichnet. Dem kommandierenden Generalleutnant Lucius waren im Oktober 1918 die 48. Landwehrdivision und die 84. Landwehrbrigade zugeteilt worden. Kommandierender General, das bei der Mobilisierung 1914 gebildete stellvertretende Generalkommando in Leipzig führte während des gesamten Krieges General der Infanterie, Georg Herrmann von Schweinitz.